Alter! Wie geil! Das ist die erste Berührung mit dem Rahmen. Alter! Das sind so geile Felgen. Die sind auch sehr nice. Wie geil! Alter! Niemals! Alter! Aaron, wir machen jetzt den Lenker dran. So, jetzt musst du einmal das hier ca. so halten. Boah! Ich muss einmal eins kurz abholen. Alter! Alter! Den muss ich haben. Ja! Das ist so geil! Alter! Das ist so geil! 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 Es ist so geil! Ich brauche nach oben! Aber ich hatte noch nie so ein Zauberes. Ray's Face Art Glass. Es ist... Ich hab einen. Ja, die Gabel. Das fiel jetzt immer hin. So. Boah, die Gabel ist schon raus. Die wird ja immer größer, wenn ich nicht mehr Luft drauf mache. Ja, aber dann treiben wir noch Bar drauf. Wild. So. Die Uhr wär glücklich. Ja. Alter. So geil. Der Dämpfer. Boah, alles ist geil. So 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 geil.